Hallo ihr Lieben! Heute teilen wir den Gewinner von diesen tollen Pitchespinnern mit, weil eine Woche ist jetzt vorbei und Luisa sagt euch jetzt wer gewonnen hat. Emikas Spielzeugwelt. Du hast diese tollen Pitchespinner gewonnen. Wir hoffen du freust sich darüber. Melde dich per E-Mail bei uns. Unsere E-Mail-Adresse genau findest du unten in der Infobox. Oder, wo kann sie sich noch melden? Per E-Mail und Instagram. Oder per Instagram, damit wir Lidia Fitchi Spinner auch zuschicken können. Wir fahren auf jeden Fall jetzt nach Köln. Und da fahren wir in den Primark. Genau. Und morgen, was ist morgen? Kommt das neue Video an, das wir gedreht haben. Genau. Morgen kommt das neue Video online. Wir hoffen, euch gefällt es und ihr freut euch darüber. Okay, wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!